Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal, wie ich zu Hause meine Haare abmattiert habe. Weil ihr wisst ja, ich habe ja diese Balayage-Technik in meinen Haaren, also diese Blondierung mit dem Farbverlauf und so weiter. Und ich hatte ja schon öfter das Problem, das sieht natürlich, wenn man vom Friseur kommt, immer sehr schön aus. Ich blende euch mal gerade ein Foto ein, so sah es aus, als ich direkt frisch vom Friseur gekommen bin. Also alles prima, nicht orange-stichig. Wenn ihr nicht wisst, was eine Abmattierung ist, vielleicht fangen wir erst mal so an, wenn ihr denkt, was ist das eigentlich, worum geht es in dem Video. Wenn man die Haare blondiert, jeder hat ja so einen leichten Rotstich in den Haaren, wenn man eine Blondierung aufträgt. Der eine mehr, der andere weniger und durch die Blondierung kommt natürlich dieser Rotstich raus und das möchte man ja nicht so gerne. Also bei mir, ich habe ja dieses Goldblond, was ja auch gewünscht ist, also ich möchte jetzt nicht Platinblond sein, aber ich möchte halt auch nicht orange sein. Und da eine Abmattierung drauf, das ist im Prinzip sowas wie eine Tönung und das nimmt eben den Haaren diesen Rotstich. Und das machen die beim Friseur drauf. Problem ist halt nur, so eine Abmattierung, weil es halt eben eine Tönung ist, hält nicht ewig. Und nach ein paar Wochen geht das Ganze halt dann doch nach und nach raus. Ich benutze ja immer dieses Silbershampoo, das hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist dieses von Lee Stafford, das ist in der Infobox verlinkt. Das ist aber nicht dazu da, um den Rotstich rauszunehmen, sondern einfach, damit die Abmattierung länger hält und das ist quasi so lila und neutralisiert diesen Rotstich in den Haaren. Aber ich hatte jetzt wieder das Problem, dass meine Haare doch mit der Zeit ein bisschen orange geworden sind, weil die Abmattierung einfach raus war. Wenn ihr meine Videos noch nicht so lange guckt oder das euer erstes Video von mir ist, herzlich willkommen. Ich zeige euch gerade mal einen Vorhervergleich. Ich habe meine Haare natürlich gefilmt, wie sie vorher ausgesehen haben. Und das seht ihr schon. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Natürlich, so ein Goldblond ist gewünscht, aber es ist schon so, je nachdem wie das Licht drauf fällt, wirkt das Ganze schon irgendwie so ein bisschen orange. Und das ist jetzt für mich persönlich kein Look, den ich jetzt so schön finde. Ich möchte es gerne so ein bisschen Honigblond, so ein bisschen aschiger haben. Und ich habe mir gedacht, ich möchte aber nicht schon wieder jetzt zum Friseur gehen, weil ich meine, es ist ja auch jedes Mal kein günstiges Vergnügen. Es ist ja doch jedes Mal relativ teuer und da muss man da mal hingehen, Termin machen. Deshalb habe ich mir gedacht, kann man das nicht einfach auch zu Hause machen? Und ja, man kann, wie ihr seht, also das ist jetzt schon mein Nachherergebnis. Ich hoffe, dass ihr es einigermaßen gut sehen könnt, jetzt die Farbe, weil die Sonne jetzt hier so krass reinknallt. Ich erkläre euch jetzt gerade noch so ein paar Basic-Sachen, die ihr wissen müsst, weil ich fand es relativ schwer, da irgendwie Infos zu finden, wie man das zu Hause macht. Das erkläre ich euch noch kurz und dann nehme ich euch gleich in mein Badezimmer mit. In mein Badezimmer, ja. Und dann werden wir gleich zusammen das auftragen. Ich habe das natürlich gefilmt, wie ich die Farbe aufgetragen habe und es geht wirklich super easy. Also ich würde behaupten, jeder, der sich schon mal die Haare getönt hat, der kriegt auch das hin. Und da bekommt ihr auf jeden Fall so diesen Gelbstich aus den Haaren. Zeige ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich überhaupt dafür benutzt habe. Also ich habe mir gekauft von L'Oreal. Das nennt sich Dialight oder Dialight. Keine Ahnung, je nachdem, wie ihr es ausspricht. Und das ist quasi diese Abmattierung. Ich habe das jetzt nur bei Amazon finden können. Das ist nicht so leicht, das in Deutschland irgendwie zu bekommen. Kostet 9 Euro oder, glaube ich, 8 Euro irgendwas. Und da gibt es verschiedene Varianten. Also das sind diese Milkshake-Farben, nennen die sich. Und da gibt es verschiedene Abmattierungen. Ich habe jetzt hier genommen die Farbe 9.0. Das ist Milkshake-Platin. Das ist natürlich, ne? Platin-Blond. Das wirkt auf jedem Haar anders. Was ganz wichtig ist. Ich erkläre euch gleich, wie sich das verhält, mit welcher Haarfarbe und so. Das alleine nützt euch aber nichts. Und das fand ich nämlich ein bisschen schwierig. Das war nämlich nicht so ganz klar, wo ich das bestellt habe bei Amazon. Das alleine, diese Tönung, nützt euch gar nichts. Denn ihr braucht dazu noch einen Entwickler. Da zeige ich euch mal. Das ist der hier. Das ist auch von L'Oreal, auch von Dialight, dieser Aktivator, der damit dazugehört. Das ist so eine Riesenflasche. Die reicht halt ewig. Die kostet 13 Euro. Aber ihr seht, da ist kaum was raus. Also wenn ihr einmal den Aktivator habt, weil das Problem ist, diese Abmattierung, nach drei Wochen ist das wieder raus. Da muss man das wieder neu machen. Das ist halt leider so bei Blondierungen, ne? Aber dann hat man den schon mal zu Hause und muss sich dann immer nur diese Farbcreme nachkaufen. Also die zwei gehören auf jeden Fall zusammen. Eins alleine davon funktioniert nicht. Das ist ganz wichtig. Ihr braucht den Aktivator. Sonst klappt das Ganze nicht. Dann, was ich auch noch sehr sinnvoll finde, was ich mir noch bestellt habe, gibt es auch bei Amazon. Wie gesagt, das ist alles in der Infobox verlinkt, ist hier so ein Farbschälchen. Das ist einfach ganz praktisch, ja, dass die Farbe nicht irgendwie so einen Plastikbecher angreift. Da kann man auch nicht alles dafür verwenden. Meine Müsli-Schüssel wollte ich dafür jetzt auch nicht unbedingt verwenden. Deshalb habe ich mir diese Schüssel hier gekauft. Kostet, glaube ich, irgendwie 4 Euro. Und so einen Farbpinsel, das ist auch ganz gut. Da kann man einfach das Ganze schön präzise damit auftragen, weil man muss schon genau arbeiten, dass man da nicht so Flecken drin kriegt. Das, finde ich, ist so die Basic-Ausstattung, die man auf jeden Fall braucht, damit man das Ganze nachmachen kann. Dann vorneweg, Leute, noch ganz wichtig. Das muss ich, glaube ich, noch mit dazu sagen. Nicht, dass das einigen unklar ist. Das Ganze ist keine Blondierung. Es ist eine Abmattierung. Also, das heißt, wenn ihr jetzt dunkle Haare habt und denkt, ah, ich will jetzt aschblond sein. Nein, das funktioniert nicht. Es funktioniert nur auf blondem Haar. Es ist wirklich ausschließlich dazu da, um den Gelbstich zu entfernen. Es ist nicht permanent. Es ist eine Tönung, die sich mit der Zeit auch wieder rauswaschen wird. Also, wenn ihr sagt, es ist euch zu silberstichig, zu graustichig geworden, ist es nicht so dramatisch. Dann könnt ihr einfach die Haare öfter waschen wie eine ganz normale Tönung. Also, das wäre, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Nicht denken, ich kann mir damit die Haare blondieren. Ich würde auch niemandem raten, wenn ihr euch damit nicht auskennt, blondiert euch die Haare nicht selber. Also, ich habe das Balayage natürlich auch beim Friseur machen lassen. Und nur jetzt die Abmattierung drauf. Da kann viel schief gehen. Da könnte auch die Haare ziemlich schädigen. Also, wenn man sich da nicht auskennt, Blondierung, lieber jemand machen lassen, der sich damit auskennt. Ja, und dann noch ganz kurz, wie verhält sich das Ganze mit der Farbe? Das ist halt auch noch wichtig zu wissen. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, wenn ihr so eine Haarfarbe hattet wie ich vorher, dass ihr danach platinblond werdet. Wie gesagt, es macht die Haare nicht heller. Es macht sie eher ein bisschen dunkler, so eine Abmattierung. Wenn ihr jetzt schon sehr hellblond seid und so platinblond werden wollt, also quasi so einen Silberstich in den Haaren habt, je heller eure Haare sind, umso mehr kommt dieser Grausilberstich natürlich von dem Dialight auch raus. Also, dann würde ich sagen, vielleicht lieber kürzer einwirken lassen oder lieber erstmal ein bisschen probieren am Ansatz. Wie wirkt das so? Nicht ganz so viel davon anrühren. Jetzt bei meinen Haaren ist die Gefahr, dass das Ganze Grau oder Silber wird, überhaupt nicht gegeben, weil meine Haare sind viel zu dunkel. Und ihr seht schon hier unten, da wo die Blondierung, da wo es heller ist, da nimmt es die Farbe natürlich viel mehr an. Und gerade so in dem Bereich, da war es halt sehr orange, da habe ich es zuerst aufgetragen und ein bisschen länger drinnen gelassen. Also man soll das Ganze, glaube ich, nicht länger als 20 Minuten einwirken lassen. Ich habe es jetzt irgendwie vielleicht 15 Minuten erstmal zum Testen einwirken lassen und wie ich das jetzt genau gemacht habe, das interessiert euch wahrscheinlich jetzt am meisten. Deshalb gehen wir jetzt mal ins Badezimmer und ich zeige euch, wie ich das aufgetragen habe. So Leute, wir sind ja also jetzt hier in meinem Badezimmer. Also wenn es ein bisschen heilt, I'm sorry. Aber ihr wollt ja sehen, was ich mache. Also ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier überhaupt mir zusammenrühre. Ich habe hier diesen Entwickler. Also das ist eine Riesenflasche, die reicht auf jeden Fall für ein paar Mal. Die brauchen wir nicht alles. Und dann habe ich hier meinen L'Oreal Dialight. Und ich sehe gerade, ich bin ein bisschen hell. Wartet mal, ich mache mal ein bisschen dunkler. Könnt ihr mich gut sehen, ich hoffe. Und das müssen wir jetzt zusammenrühren. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass wir das Mischungsverhältnis einhalten. Also man soll das im Verhältnis 1 zu 1,5 mischen. Also 1 zu 1,5 davon. Das sind jetzt hier 50 Milliliter. Also ich nehme 50 Milliliter davon. Und dann, jetzt müssen wir rechnen, was ich ja so gut kann. Aber das ist nicht so schwer. Also wir nehmen natürlich 75 Milliliter dann von dem. Und das rühren wir jetzt erstmal zusammen. So Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und jetzt werden wir das einfach mit dem Pinsel gut verrühren. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ihr müsst natürlich in der Nähe eine Uhr haben. Das ist auch ganz wichtig. Weil das soll natürlich auch nicht zu lang auf den Haaren drauf bleiben. Was ich jetzt mache. Ich werde es mir nachher natürlich noch schön abteilen. Und das auch ordentlich machen. Nur ihr seht es ja jetzt bei mir. Gerade hier in diesem Übergang. Da ist es halt schon so sehr goldblond. Und da möchte ich halt diese Aufhellung oder vielmehr diese Abmattierung besonders gerne haben. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen was davon einfach mal da auftragen. Und dass es da ein bisschen länger drin ist. Dass es da ein bisschen besser wirken kann. Und deshalb machen wir das jetzt einfach erstmal. Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen, was ich mache. Aber ich muss nebenbei ein bisschen in den Spiegel gucken. Und ich gebe das jetzt gerade mal hier da so auf diese Stellen schon mal so grob drauf. Sehr professionell, wie ich das mache. Jeder Friseur denkt sich jetzt so, ach du Scheiße. Was macht die Alte da? Ja, sorry. Also Leute, ich habe das jetzt hier oben schon mal aufgeschlagen. Ihr seht. Und jetzt mache ich ja die Haare hier so ein bisschen zurück. Und trage mir das jetzt hier in den Längen einfach so auf. Mit dem kleinen Pinselchen. Einfach aufmalen. Und ich weiß auch nicht genau, wie viel man jetzt davon braucht. Also die meisten haben die halbe Packung genommen, was ich jetzt so da gesehen habe auf YouTube. Aber ich habe ja doch relativ lange Haare. Und ich dachte mir, bevor es mir dann nicht reicht und zwischendrin irgendwie ausgeht, nehme ich jetzt dann doch mal lieber die ganze Packung. Und wenn man es dann nochmal macht, dann kann man ja immer noch da sparsamer sein. Aber ich dachte mir jetzt, zur Sicherheit nehme ich jetzt mal lieber genug davon. Ja, und dann pinsel ich mir das hier einfach so ein, Leute. In die Länge. Erstmal hier oben. Weil hier unten natürlich, wo die Haare heller sind, nehmen sie das natürlich eher an. Deshalb ist es hier oben, ist es ja jetzt eher so ein bisschen gelbstichig. Deshalb pinsel ich das natürlich da fleißig da rein. Und was ich euch raten würde, das seht ihr jetzt hier nicht. Ich habe hier einen Spiegel und da hinter mir einen Spiegel. Und wenn ich da reingucke, dann sehe ich auch meinen Hinterkopf. Also das wäre ganz gut, wenn ihr da noch einen Spiegel habt. Das mache ich jetzt dann gleich, dass ihr auch hinten alles bekommt. Ja, und so pinsel ich mir das jetzt einfach hier unten in die Haare auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Ich habe das jetzt einfach, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, mit dem Pinsel so aufgetragen. Ich konnte jetzt die Kamera nicht mehr anmachen, weil meine Hände natürlich dreckig waren mit den Handschuhen. Aber ich erkläre es euch kurz. Also ihr habt das weitgehend mit dem Pinsel aufgetragen. Und dann war noch ein bisschen was übrig in der Schüssel. Das habe ich dann einfach auf die Handschuhe genommen und habe mir das dann nochmal so eingeknetet. Und habe immer wieder zwischendrin mal durchgekämmt. Und ich habe ja diese Bürste, die richtig eklig jetzt aussieht, von Donnerlauf her. Also irgendwie sowas oder so ein Tangle Teaser, irgendeine Plastikbürste. Damit habe ich dann immer zwischendurch wieder durchgekämmt, dass das halt einfach auch überall hinkommt. Weil ich möchte jetzt auch nicht gerne so orange Flecken und aschige Flecken in den Haaren haben. Und das habe ich jetzt einfach hier so schön nochmal einmassiert. Habe die hinten ein bisschen zusammengekleppt. Und jetzt warten wir 10 Minuten, lassen das einwirken. Und dann waschen wir es gleich aus. Also ich werde die Haare jetzt dann mit meinem Silbershampoo waschen. Ich kann euch nicht zeigen, wie ich sie wasche, weil da, wo ihr jetzt gerade steht, da ist meine Dusche. Und da muss ich dann gleich hin. Also ich werde sie mit dem Silbershampoo waschen. Dann mache ich noch eine Haarkur. Und dann zeige ich euch das Ganze dann gleich nochmal, wie es fertig aussieht. Ah ja, ganz kurz noch, falls ihr euch fragt, ob das denn jetzt zu viel, zu wenig war. Ihr seht, ich bin froh, dass ich die ganze Packung von dem Lialight genommen habe. Weil für meine Haare auf jeden Fall war es jetzt ganz gut. Ich hätte ein bisschen, was wäre jetzt noch übrig gewesen. Das habe ich jetzt auch noch draufgehauen. Aber eine halbe Packung hätte mir auf jeden Fall nicht gereicht. Also wenn ihr so die Haarlänge habt, wie ich, dann nehmt lieber die ganze Packung, weil das ist ja auch ärgerlich, ne? Wenn zwischendrin dann hier die Farbe ausgeht. So, das wollte ich euch nur noch kurz mitteilen. Und jetzt lasse ich es kurz einwirken und dann spülen wir es gleich aus. Ja, ihr Lieben, und ich habe dann einfach meine Haare gewaschen. Wie gesagt, mit diesem Silbershampoo hier. Und was ich euch auf jeden Fall raten würde, ist eine Haarkur zu machen. Denn, wie gesagt, es ist zwar keine Blondierung, aber mal gerade hier die Haarkur hochholen, dass ich euch die auch zeigen kann. Ich würde generell bei allen Farbveränderungen, alles, was man an den Haaren vornimmt, eine Haarkur machen. Denn die Haare freuen sich einfach drüber, ne? Wenn sie danach ein bisschen Pflege kriegen. Und ich benutze ja wie immer von Tresemme diese Keratin-Haarmaske. Und die lasse ich ein bisschen drin. Und meine Haare sind, Leute, so, so geil weich und fluffig. Es ist unglaublich. Also, ich weiß nicht, ob es nur an dem Dialight liegt. Die Haarmaske ist natürlich auch mega geil. Die macht die Haare auch super soft. Aber so glatt waren sie echt schon lang nicht mehr. Also, ich habe den Eindruck, dass es meinen Haaren überhaupt nicht geschadet hat. Ist natürlich jetzt nur meine persönliche Meinung. Aber ich habe den Eindruck, dass meine Haare so weich und fluffig und glatt wie noch nie zuvor sind. Also, richtig geil. Ich werde mir das auf jeden Fall wieder kaufen. Weil, wie gesagt, das ist natürlich nicht permanent. Ich werde jetzt weiter mit dem Silbershampoo waschen. Aber auch mit dem Silbershampoo passt da auf, Leute. Das ist ein Toning-Shampoo. Das sollte man nicht bei jeder Haarwäsche nehmen. Weil das natürlich für die Haare jetzt auch nicht so gut ist, wenn man das dauernd benutzt. Aber hin und wieder kann man das benutzen. Über die Haltbarkeit kann ich euch jetzt leider noch nichts sagen. Weil ich habe es ja jetzt gerade erst gemacht. Also, ich werde euch da natürlich demnächst weiter berichten, wie lange das genau hält. Was ich so im Internet gelesen habe. Die Mädels, die haben so gesagt, bei manchen hat es drei Wochen gehalten. Bei manchen hat es auch irgendwie sechs Wochen gehalten. Es kommt auch immer darauf an, wie oft ihr eure Haare wascht. Also, da werde ich euch berichten, wie lange das Ganze tatsächlich hält. Ja, und ich finde es echt mega, mega schön. Ich bin sehr happy damit. Aber erwartet halt nicht, dass ihr davon platinblond werdet. Ja, also, wie gesagt, bei mir ist es immer noch honigblond. Aber einfach ein bisschen weniger orange. Habe ich eigentlich die ganze Zeit hier Make-up an meinem Pullover gehabt. Das ganze Video über. Großartig. Was ich euch noch kurz sagen wollte. Ich hatte es euch bei Snapchat schon gesagt. Können wir mal kurz meine Wimpern feiern heute. Ich habe es geschafft, mir Wimpern anzukleben. Ich habe bei Amazon so geile Wimpern gefunden, die so super easy anzukleben sind. Das sogar so ein Depp wie ich schafft. Dachte, das kann ich euch nicht länger vorenthalten. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Also, damit geht es wirklich mega easy. Ich weiß, es hat mit dem Video nichts zu tun. Aber das musste ich kurz mit euch teilen, weil ich so, so begeistert davon bin. Und wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen hoch nicht vergessen. Und lasst mir gerne ein Abo da. Da freue ich mich auch mal drüber. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Das war's gut. Ciao. Ciao.